Hallo, in unserer heutigen Folge geht es um das Solar Plexus Chakra. Das Solar Plexus Chakra, das liegt über unserem Bauchnabel. Das ist der Farbe Gelb zugeordnet. Und bei diesem Chakra geht es um zwischenmenschliche Beziehungen und die Fähigkeit, emotionale Verbindungen einzugehen. Das Solar Plexus Chakra, das über dem Bauchnabel liegt, ist auch der Magenregion in unserem Körper zugeordnet. Hier zeigt es sich auch, wie wir uns auf dieser Welt sehen. Sehe ich mich als Opfer oder Schöpfer? Sag ich jetzt, ich kann eh nichts machen, wie die Dinge sind, ich muss das halt über mich ergehen lassen, oder bin ich Schöpfer und sage, ich nehme die Dinge selber in die Hand. Ist der Mensch erschöpft, so kann man ihm durch Auflagen des Solar Plexus Chakras schnell neue Energien zuführen. Der Prana-Energiespiegel und die körperliche Vitalität können so beeinflusst werden. Dieses Chakra kann aber auch durch negative Emotionen leicht aus dem Gleichgewicht kommen. Wenn wir uns zum Beispiel ärgern, ist du den Merker, wie du auf einmal Magenschmerzen bekommst. Es ist halt das Zentrum der positiven und auch der negativen Emotionen. Das heißt, Mut, Ausdauer, Ehrgeiz, aber auch Aggressivität, Wut, Hass, Neid, Gier. Aber auch Gewalttätigkeit und Grausamkeit zeigen sich hier. Im Solar Plexus Chakra entstehen durch Stress und ungesunde Ernährung, Zivilisationskrankheiten, aber auch das Immunsystem wird geschwächt. Leider können halt durch diese Fehlfunktion dieses Chakras dann so Krankheiten wie Diabetes, Störungen der Bauchspeicheldrüse, Verdauungsbeschwerden, ein zu hoher Cholesterinspiegel oder auch Herzkrankheiten entstehen. Wenn Gefühle wie Wut unterdrückt werden, du dich wertlos fühlst, Angst vor der Zukunft hast, ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit hast, so kann das ebenfalls auf eine Fehlfunktion hindeuten. Also du siehst schon, dass so ein Chakra sehr viele Auswirkungen hat auf unser Leben. Was hilft nun, um das Solar Plexus Chakra zu stärken? Umgib dich mit der Farbe Gelb. Stell dir vor, wie dein Körper von oben bis unter mit Sonnenlicht durchflutet wird. Stell dich den Herausforderungen des täglichen Lebens. Gehe auch mal ein Risiko ein. Übe Nein zu sein. Mach nur das, was für dich gut ist. Meide krankmachende Situationen. Schreibe dir täglich auf, was du heute getan hast. Was erfolgreich war. Was sich gut angefühlt hat. Schreibe ein Erfolgstagebuch. Vielleicht parallel dazu auch, was sich nicht so gut angefühlt hat. Und versuche das auch mit der Zeit zu ändern, damit es dich nicht mehr negativ beeinflussen kann. Lasse aufgestaute Emotionen zu und verarbeite sie wirklich bewusst. Denn vor allem Wut, Verzweiflung und Minderwertigkeitsgefühle sind schädlich für unseren Körper und für unsere Energie. Lobe dich selber. Schenke dir selber ein Lächeln vor dem Spiegel. Mache Sport in der Natur. Suche dir gesunde Ventile, mit denen du Stress abbauen kannst. Mache Stressmanagement und Tiefeentspannung. Meide Menschen, die dir neidisch sind oder dich runtermacher. Umgebe dich mit Menschen, von denen du dich wirklich angenommen fühlst. Stehe zu dir selbst. Akzeptiere dich so, wie du bist. Finde deine innere Harmonie, Ausgeglichenheit. Tu, was dir gut tut. Halte dich von Energieräubern fern. Lerne dich wieder aufzuladen nach schwierigen Situationen. Hol dir energetische Unterstützung. Ich helfe dir gerne beim Lösen deiner Blockaden. Ich freue mich schon auf unsere nächste Sendung. Bis bald. TV 21 Austria Einfach anders.